Frauen stehen auf starke Männer, auf richtige Alphas, oder? Und nicht auf diese schwachen Betas. So war das schon immer und so wird es immer sein. Richtig? Falsch. 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 Die größten Dichter und Denker waren schlagsig und dünn. Haben sie wirklich weniger Frauen gehabt, als der Neandertaler mit seinen protzigen Muskeln, aber dafür nur zwei verdammten Hirnzellen? Hm, hatte Charles Bukowski nicht am laufenden Band Frauenabenteuer? Sagt man Wolfgang Amadeus Mozart nicht nach, dass er mit Giacomo Casanova höchstpersönlich Frauen verführt hat? Unantraktiv sind nicht die Denker, die Künstler, die Introvertierten. Es sind die lauten Kerle, die mit ihrem Lambo durch die Stadt cruisen, der wahrscheinlich nicht mal ihrer ist, um ihre Peniskomplexe auszugleichen, immer nur große Töne spucken, aber wo wenig dahinter ist. Aber auch diese Kerle sind einfach nur verletzte kleine Kinder. Sie sind ängstlich und haben leider nicht die Eier in der Hose, bei einer Frau einfach nur mal ehrlich zu sein. Worauf stehen Frauen also wirklich? In diesem Video erfährst du die eine Sache, die Frauen schon immer von einem Mann wollten. Und es wird dir vielleicht verdammt wehtun. Darum schau nur weiter, wenn du den Mut dazu hast. Und den wirst du jetzt verdammt gut brauchen. Frauen reagieren auf Mut mit Anziehung. Ich war mal mit einer Frau auf einem Date. Zuerst haben wir uns Burger geholt, uns unterhalten und später haben uns irgendwann verabschiedet. Zwei Tage später hat sie mir geschrieben und gefragt, und hat dir der Burger gut bekommen? Und ich habe ihr geantwortet, nicht so gut. Ich habe gekotzt. Und ich habe von ihr genau gesehen, die zwei Haken, sie waren blau, sie war online, sie war online, sie war online. Und nach ein paar Minuten hat sie mir geantwortet, wow, du bist echt mutig. Fünf Jahre später und sie ist immer noch meine Freundin. Seit tausenden Jahren hat sich nichts an der Sache geändert. Wer bekommt die Frau? Der, der den meisten Mut aufbringt. Und das ist das Geniale. Denn mutig können selbst wir schüchternden Männer sein. Fangen wir an, wie du mit einer Frau redest. Sprichst du mit ihr nur über belanglosen Mist, der dich eh nicht so wirklich interessiert? Oder sagst du ihr manchmal auch einfach so, hey, ich mag dich. Es ist eine Energie, bei der rüberkommt, dass dir alles andere egal ist. Es ist ein Tunnelblick, bei dem links und rechts die verdammte Erde explodieren könnte. Du möchtest nur diesen einen Satz sagen und den meinst du verdammt ernst. Es ist dieser Laser-Augenkontakt, diese Stimme, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Diese Energie sagt etwas ganz Fundamentales aus. Und sollte sie dich fragen, ob du das ernst meinst, dass du mit einer Selbstverständlichkeit antwortest, natürlich, du bist eine Frau, ich bin ein Mann, warum sollte ich das nicht ernst meinen? Und zwar ohne zu lachen. Das ist ein Satz, den du dich einfach mal trauen kannst, einer Frau zu sagen. Und zwar völlig egal, ob du sie schon länger kennst oder nicht. Völlig egal, ob du damit deine Freundschaft mit ihr zerstörst oder nicht. Wenn du nichts tust, dann wird sich garantiert nie etwas ändern. Wenn du ihr sagst, hey, dann muss deine Intention glasklar sein, ob du sie eben nur angesprochen hast oder das mitten im Gespräch ist. Lass es am Arbeitsplatz, aber ansonsten mache dies bei jeder Frau, mit der du sprichst und wo du Interesse hast. Denn das, was die meisten Frauen heutzutage ankotzt, ist nicht der Kerl, der sie anspricht, ist nicht der Kerl, der Interesse hat. Es ist der Kerl, der sein Interesse verschweigt, der ihr hinterrücks irgendwie versucht, sie zu manipulieren und sie ins Bett zu kriegen. Was sie möchte, ist ein Kerl, der ihr einfach mal sagt, was Sache ist. Ein Kerl, der offen und ehrlich ist mit seinen Bedürfnissen. Wir Männer müssen furchtloser werden. Wir müssen einer Frau hey sagen können und mit diesem Druck der Situation zurechtkommen können. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wir müssen dieses Vakuum, diese Pause aushalten können. Wenn du ihr dein Interesse bekommst und danach nichts sagst, das ist der kritische Moment. Denn dieser luftleere Raum, in dem du einfach nur deinen Augenkontakt hältst, in diesem Vakuum entsteht Anziehung. Wir schauen sie an und sagen hey. Und dann sagen wir gar nichts. Und wenn sie antwortet, dann entgegnen wir, ich mag dich. Warum waren wir zwei eigentlich noch nicht auf einem Date? Es sind nicht die Sprüche, es sind nicht die Manipulationstechniken. Es ist dieser Mut, der uns attraktiv macht. Ich höre und lese in den Kommentaren immer wieder, hey Andi, das stimmt gar nicht, Frauen wollen einen Alpha. Weißt du, was ein echter Alpha ist? Ein echter Alpha ist das hier. Nicht diese aufgetakelten, pubertierenden 20-Jährigen, die sich eine Lederjacke aufsetzen und an Frauen rumkommandieren, um nur so zu tun, als wären sie jemand, der sie nicht wirklich sind. Wenn du mutig bist, dann bist du unabhängig. Dann ist es dir egal, ob es funktioniert hat oder nicht. Deswegen siehst du in meinen Videos, wenn mir eine Frau einen Korb gibt, dann bleibe ich einfach stehen, weil es mir egal ist, weil es dazugehört. Und überlege einmal wirklich, wie viel Auswahl an Frauen hättest du denn, wenn du nur ab und zu 10 Sekunden länger mutig wärst, als der Rest der Männerbelegschaft? Könntest du nicht jede Frau ansprechen, bei der es bei dir kribbelt? Könntest du nicht die süße Arbeitskollegin nach einem Drink nach der Arbeit einladen? Könntest du nicht endlich die süße Bedienung in deinem Café nach ihrem Namen und ihrer Nummer fragen? Könntest du nicht 10 Sekunden länger mutig sein, als der andere Kerl, der es sich nicht getraut hat? Nur 10 Sekunden? Mehr ist es nicht. Du könntest. Und danach ist der Rest scheißegal. Du könntest vielleicht, wenn du wüsstest, dass es in der Verführung nicht um dich geht. Ich weiß nämlich, dass du ein guter Kerl bist. Es geht um sie. Die Verführung ist, wie einer meiner Coaching-Teilnehmer gesagt hat, eines der schönsten Geschenke, das man einem anderen Menschen machen kann. Ich bin ein Verführungscoach, aber jedermann ist in der Verführung ein Coach. Ein Coach für Frauen. Du ermöglichst es ihr, sich frei zu entfalten. Hilf ihr dabei, die Dinge zu tun, die sie schon immer tun wollte. Das Buch anzufangen zu schreiben, das sie schon immer schreiben wollte. Die Gitarre endlich wieder in die Hand zu nehmen. Den Job in Luxemburg anzunehmen. Endlich ihre volle sexuelle Lust auszuleben. Dich eingeschlossen. Du stehst auf sie und du wirst dich für nichts und niemanden rechtfertigen. Und sie wird dich als den Mann sehen, der ihr all das ermöglicht hat. Verführung ist es ihr zu erlauben, sich mit dir frei zu entfalten. Und dafür wird sie so dankbar sein, so verzaubert sein, weil das keiner macht, dass sie sich in dich verlieben wird, wie sie es in keinem anderen Mann jemals getan hat. Und Sex? Sex ist nur ein Prozess, mit ihr in einen Raum, mit einem Bett zu gehen, wo sie sich endlich mit dir ausleben kann. Wie das im Detail und in deiner persönlichen Situation aussieht, das sage ich dir persönlich. Klick auf den Link in der Beschreibung und bewirb dich auf dein kostenloses Erstgespräch. Und wenn du das nicht tust, dann ist es auch okay. Ich hatte am Sonntag ein wundervolles Erlebnis gehabt, das möchte ich gerne mit euch teilen. Es war ein sehr schöner, magischer Moment, ihre Lippen waren so unglaublich. Als wir uns dann verabschiedet haben, hat sie zu mir gesagt, hey, das war der schönste Abend, den ich in den letzten sechs Monaten hatte. Ich bin mir jetzt sicher, ob man das gut erkennen kann, aber wenn ich daran jetzt denke, ich bekomme Gänsehaut. Und ich kann euch nur empfehlen, geht zum Coaching bei Andy, das ist genial.